Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, heute mit einem Special Guest, mit unserem unglaublich krassen Rang-Einser. 1000 Stunden Dead by Daylight sucht die NBV4U. Hallo. Den absoluten Freak, der sogar schon das Glück hatte, mit Grog zusammenzuzocken. Unglaublich aber wahr. Ich sterbe wahrscheinlich als erstes jetzt. Ja, das glaube ich nicht. Aber bei dem Kettensing-Typen, ich sag's, ich hasse den. Ich auch. Das ist so grundsätzlich, bei dem sterbe ich einfach grundsätzlich. Ich find's sehr angenehm gegen den Geist zu spielen. Ja, ich mag's auch ganz gern. Also, wenn man einen Vorwarnungsberg hat zumindest. Ja, vor mir bin da am Generator rum. Ich? Ah, am Bim Bam. Seit wann hast du ne kurze Haare? Siehst dir so schon schlimm genug aus, weißt du? Ja, schlimm mal kurze Haare. Ja, oh, oh. Schau, dass du Land gewinnst. Ja, lass mich, ich darf das. Ich bin high. Und hab ne Brille auf. Und der kommt. Und der hat mich natürlich sofort gesehen. Der Drecksack. Achso, boah. Hey, hast du schon Zuschauer? Was? Ich bin noch nicht live, du Vogel. Achso. Ach, das ist ja der Scheiß. Ja, ich verbrach's. Der ist zu blöd. Oh, bin ich dumm. Aber ich hab ihn noch nicht drauf. Ja, wer ist jetzt blöd, ne? Halt's Maul. Fett, 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 fett. Komm schon. Ja, da darfst du dir nichts denken. Das ist bei denen immer so. Ja, Mann, wir sind die Gangster. Ja. Wenn du Glück hast, oh, das hast Pech. Ich hätt ihn gestunt, wenn er da lang gegangen wär. Ja, da ist doch... Wenn er... Der hat dich nicht gesehen. Nee, nein, Mann. Das geht. Und campt der jetzt echt, oder? Nicht wirklich, oder? Mal gucken. Campt der? Naja, er patrouilliert, wie sie immer sagen danach. Ich hab gar nicht gecampt. Ich hab nur patrouilliert. Also, kann ich abhauen, oder? Jetzt hat er dich aber gesehen. Ja, logisch. Hat er dich drin, ja. Nee, oder? Doch. Äh, ja. Ist er, ist er noch bei dir? Nee, er bleibt bei mir, er bleibt bei mir. Ich frage ihn, das ist mir einzigartig. Eieiei, ich schau schon wieder erstes Spiel und schon wieder assi-Spiel. Oh, 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 oh. Was? Weg! Oh, shit. Kein Thema. Ja, das ist immer so nervig mit dem Losgerinnen. Ja, warte ich hin, dann komm ich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da geblieben. Allgemein könnt ihr mir vielleicht kommen. Ich bin auch in der Nähe, ich komme gleich. So, ich bin wieder geheilt. Ja, ich kann auch kommen. Ich hab auch ein Medi-Pack, wenn einer eins will. Ich kann mich selber machen. Oh, der camp nicht. Jawohl. Ja, wie gesagt, das ist so das Patrouillacamping. Wollt grad sagen, der fährt da nach links, denkt so, oh, cool. Der ist da hinten, der ist da hinten und wartet und holt gleich seine Motorsäge raus. Wartest du schon draußen? Nee, 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 aber der wartet da jetzt. Äh, ganz schnell hinrennen und ganz schnell abhängen und dann weg. Okay. Was? Oh, nein. Wie schnell hat der das? Der hat es ja vorher gesehen. Ja, voll, oder? Okay, ich hab aber einen Decisive Strike. Bedeutet, ihr könnt mich jetzt liegen lassen. Rennt alle weg, versucht. Okay, so ist es. Ja, ich versuch zu rennen. Soll ich jetzt oder nicht? Komm ich noch. Ja, ja, schon, schon. Okay, also er hat mich verloren. Ich dachte, Sven, der zurückkommt. Hä, wo ist denn die mir immer sein Totending scheiße? Ja, aber Eddie, was hat denn der für ein Tote? Eddie, Eddie, du musst ein bisschen weggehen, sonst wirkt der Strike nicht. Ich hab den nämlich auch gehabt und ich war natürlich bei Jakob. Nicht, Alter, nein. Jetzt hab ich ihn nicht gesehen, weil er von hinten kam, der Bastard. Boah, der war mies, Alter. Scheu, leider, ich will ein uns leben, Alter. Boah, nicht ins Haus, nicht ins Haus, ja, Gott sei Dank, Alter. Ja, aber der kennt bestimmt wieder genauso. Ja, auf jeden Fall. Naja, er steht halt da rechts. Von mir aus rechts, von dir aus links. Ja, schnell, mach mal. Renn weg, renn weg, renn weg. Alter, der kann gut steuern damit. Okay, ich hab noch einen Decisive. Der sollte aber, der sollte der klappen wissen. Ja. Sehr gut. Haltet euch jetzt mal durch und so weiter und so fort. Äh, Dombo, ich bin im kleinen Haus. Ich weiß nicht mal, wo das kleine Haus ist. Ja, die kleine Hütte. Ja, warte, ich bin gleich fertig. Boah, der kann sehr gut mit der Säge lenken. Okay. Ein bisschen stressig mit dem. Hey, aber jetzt flitzt er dann eh bloß die Generatoren hin und her. Also müsst ihr echt aufpassen, der kann echt gut lenken. Also ihr könnt dem nicht irgendwie da so ausrennen oder sowas. Es geht. Ja, ich renne immer im Zickzack. Ähm, bist du weg von ihm, oder? Ich nicht, ne. Jagd er dich noch? Ja. Kann zwar noch ganz gut gerade ausweichen, aber weiß nicht, wie lange ich es schon schaffe. Der Strike ist auch weg, ja? Also wenn ihr euch da hinten aufhaltet, bei dieser kleinen Hütte, da sind eigentlich alle Haken weg. Nee, wir sind gerade bei der Großmitte gewesen, aber jetzt geht er weg. Ah, ah, Dombo. Oh, ich hau ab, Alter. Der kommt sofort, Alter. Ich schwör's dir. Ich hab dich gewarnt, Alter. Er ist doch noch gar nicht da. Ja, aber wirs sehen, Alter. Dann können wir auch vielleicht ein bisschen neuer Juke fürs Camping. Naja, in dem Haus habt ihr den Generator fertig. Ja, in dem kleinen Haus, ja, hab ich fertig. In dem großen, ne. Oder ist das das kleine? Fuck. Wie hat der mich denn jetzt gesehen, hey? Ach, scheiße. Boah. Liebe Zuschauer, erzählt doch mal, wie oft der Daumen mir in diesem Video Alter sagt. Nein, Mann, Alter. Alter, Alter. Alter, hör lieber auf, Alter. Das ist voll hart, Alter. Fuck. Ohne Scheiß, Alter. Alter, Alter. Teitel, Alter. Schwör, Junge. Wo ist denn der Keller? Im kleinen Haus, der ist weit weg, aber hier ist nur ein Haken direkt im Feld. Oh ja, stimmt. Ne, er sieht hier keinen, deswegen lässt er mich flacken. Ja, 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 ich mach jetzt den einen, was ich grad, wo ich grad noch bin, aber ich schnell weggehe. Den Recover, den Recover auf jeden Fall. Weil der Keller ist genau auf der anderen Seite der Map, wo du bist. Das passt perfekt. Jetzt, jetzt kämpft er mich und lässt mich flacken, hä? Ja, dann Dings Recover auf jeden Fall. Mach ich. Jetzt wieder der Maisfeld. Ich? Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Nein, komm ich nicht. Sind wir noch bei dir? No, jetzt ist er wieder weg. Nein, ich seh ihn nicht mehr. Jetzt weiß er aber, dass da ein Haken ist. Fuck. Er ist wieder da. Ja, Dorme, lauf durch. Lauf. Ich bin stecken geblieben, Alter. Ich bin. Oh, oh. Okay. Komm her, Dorme. Ja, warte halt. Ach, da bist du ja. Geht's doch. Wach. Schnell. Wika, mitten im Maisfeld ist noch ein Haken, hä? Kannst du den wegmachen, du hast einen Werkzeugkasten dabei, gell? Irgendwo ist auch noch in der Kiste im Maisfeld ist noch eine Goldene Werkzeugkiste. Ja, genau. Könnte ich eigentlich umtauschen. Wo ist denn so ein Fuck-Generator? Ich finde gerade keinen mehr. Im Maisfeld. Ja, den habe ich schon. Ach, da. Ah, warte, ich sehe ihn. Na, das ist im Haus im Roten. Ich sehe auch, ja. Im Roten Haus, den habe ich gerade gemacht, schon. Ah, ja, ja. Bei mir ist er. Aber gleich daneben am Roten Haus ist auch noch einer. Bei den Heuballen sind wir. Ja, das ist ein Sinn. Wie, ja, siehst du den Haken? Ja, warte, ich bin auf dem Weg dorthin. Ja, aber da geiert auch der Killer rum. Oh, oh. Hallo. Nein! Wer hat denn da, irgendjemand hat da was rumgefummelt, deswegen hat er mich gesehen. Keine Ahnung, ich habe mich versteckt. Ne, ich habe was gehört, so wie Haken sabotieren. Ich habe den Generator verkackt. Oh, ich habe mich verloren im Maisfeld. Ja, wir machen gerade den letzten. Wir sind drei Viertel voll. Scheiße. Du musst mich raten, er hat dich wieder. Ja. Na, vielleicht denkt es ein bisschen auf. Okay, ready. Nein, okay. Haha, er ist so geil, ich bin voll an ihm vorbeigelaufen. Er interessiert sich gar nicht für mich. Okay, aber du bist wieder genau richtig. Hier in der Ecke, wo ich bin, sind noch drei Haken. Vier. Jetzt kommt er zum Ausgang. Und die Luke ist auch hier bei mir im Ausgang. Fuck, Alter, wie er anflitzt, Alter. Leg mich am Arsch. Die ist so herrlich, die Reaktionszeit. Krabbelt mal so, dass ihr nicht auf einer Linie seid. Also, dass ihr euch nicht sozusagen gleichzeitig sehen könnt. Ja. Okay, Ausgang 1 ist offen. Wo ist er, bei wem? Ähm, bei mir nicht. Bei dir? Bei mir ist er. Ich warte vor mir. Ich bin voll wie covered. Ich mach mal so, vielleicht, dass ich den Ausgang aufmachen, könnt ihr vielleicht da rauskrabbeln in der Notsituation. Ja, die Vika holen, ich kämpfe. Ja, die Vika holen, ich kämpfe. Ja, die Vika holen, ich kämpfe. Ja, die Vika, kannst du holen. Genau da, wo ich herkomme, da ist der Ausgang. Jetzt nimmt er mich hoch, der Penner. Ja, ja. Warte, ich halte dich durch dann. Okay, nein, warte, ich laufe, 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 komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, klar, lässt er dich fallen, da sind nämlich alle Haken weg. Jetzt, oder jetzt, schnell, schnell, komm mit, wo bist du hin? Achso, ah, shit. Ich bin hinter dir. Ja, gut, komm mit. Jetzt hat er nicht gesehen, Alter. Siehst du da die rote Lichter? Ja, ja. Da gehen wir jetzt schnell hin, da heilig dich schnell durch. Dann gehen wir, krabbeln, ja genau, krabbeln wir mal ein bisschen vom Ausgangster weg, dann kann ich's aufnommen. Was ist denn das? Na, jetzt, komm mit. Die Luca hab ich schon gefunden, komm jetzt. Na, einen anderen Werkzeugkasten, der besseren. Komm. Wenn du wenigstens im Ausgang schon mal stehst, dann heil ich dich durch. Okay, wie schaut's aus bei euch? Ja, der Kieler steht neben mir, der verfolgt mich. Der krabbelt zu mir, da ist der Ausgang. Ja, der verfolgt mich. Egal. Ja, genau, wie macht den Haken? Was muss man jetzt? Bei mir ist auch die Luke, weißt du? So, eine. Was? Bei mir ist auch die Luke. Kann doch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da hat keine Hohle, es gibt's, das ist schon mal gut. Hey, gute Information. Kommt ihr? Ich hab in die Richtung gar nicht geschaut, siehst. Okay, damals da. Ja, soll ich schon rausgehen oder soll ich lieber noch warten? Ja, warte, wir halten dich und wir müssen Eddie vielleicht noch wollen, ich weiß ja nicht. Ja, eben noch, was weiß ich, das wird. Hier ist die Luke, Alter. Ja, ich weiß, komm her, jetzt, ich halte ich das mal. Wo heißt er, ich selber? Ja, ich halte mich selbst, weil ich bin schon dabei. Von den Dingern habe ich auch schon zwei kaputt gemacht. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber... Ja, die bringen Punkte. Oh Gott. Ja, auf meinen Sprintboost und dann renne ich auf die andere Seite. Zu uns, oder? Ja. Okay, also wir sind alle hier. Bei dem Ausgang krieg ich nicht auf. So, jetzt ist der Ausgang gesperrt. Ach so, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen. Dormier und Vika sind auch dabei. Toll. Mach's! Scheiße. Was will er? Was? Homo. Was ist dabei? Du. Was ist dabei? Wie schaut's aus bei euch? Was? Es ist... Es ist noch ein bisschen stressig mit dem, ehrlich gesagt. Gibt's jetzt eigentlich noch Haken? Ähm, im Feld war noch einer. Ja, den sehen von hier aus sogar. Jetzt nicht mehr. Und hier vorne war noch einer. Klopft so hoffentlich. Der ist aber auch schon weg. Ja, sind alle weg. Dann sollten alle weg sein. Sag mal, du ärgerst den gerade noch ein bisschen, oder? Ja, dann gehst du noch mal abholen. So. Rindbus, bitte. Wo bist du? Ja, weißt du was? Man kann nicht darüber was machen. Ja, aber mach's Mikro aus. Sehr schön. Äh... Ich bin da. Okay. So. Wiega? Ja, das bin ich. Äh... Gustav Domboy? Schon draußen. Achso, der ist schon draußen. Ja gut, gehen wir raus. Äh, du kannst durch die Luke gehen. Ah, zu spät. Nee, nee, ich riskier's nicht mit dem Erdschlechter gerade. Okay, hab ich auch gemerkt. Ja, sehr schön. Sehr geile Runde. Alle haben's geschafft. Mit einem Pro an der Seite läuft's halt doch ein bisschen einfacher. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.